Hallo und herzlich willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Ich bin's, eure Melanie und heute möchte ich euch eine Junior Suite für vier Personen an Bord von AIDA Perler präsentieren. So, dann kommt mal hereinspaziert in die Junior Suite. Wir fangen hier gleich vorne auf der rechten Seite an. Hier ist nämlich eine Tür und wir schauen einfach mal nach, was sich dahinter versteckt. Ja, im ersten Moment denkt man, okay, hier kommt bestimmt das WC, das separat von Dusche gehalten ist. Ja, das ist hier auch tatsächlich, wie ihr sehen könnt, einmal das WC und auch ein kleines Waschbecken mit Spiegel. Drehen wir uns aber einmal komplett um, dann ist hier auch schon direkt das große Badezimmer angeschlossen. Das ist wirklich sehr schön geworden mit einem Doppelwaschtisch, entsprechend zwei Spiegeln darüber und das Highlight natürlich, ganz ehrlich, wow, eine Badewanne mit Whirlpool-Funktion. Ja, das ist wirklich ganz toll und direkt dahinter befindet sich dann auch eine große geräumige Dusche, bodentief. Ja, da kann man sich auch, ja, richtig, da kann man es sich gut gehen lassen und ja, das ist ja fast schon ein kleiner Wellnessbereich, der einem hier in der Junior Suite geboten wird. Wir gehen jetzt hier an der zweiten Tür direkt auch schon wieder raus. Das ist nämlich das Schöne. Dieses Badezimmer hat gleich zwei Türen und wenn wir hier rauskommen, dann seht ihr ja hier auch schon, ja, den großzügigen Kleiderschrank, der hier wirklich einiges an Staufläche bietet. Wir gehen jetzt einmal hier direkt in die Kabine rein und stellen fest, dass auch diese wirklich sehr großzügig eingerichtet ist. Ihr habt hier gleich im vorderen Bereich das geräumige Doppelbett sowie auf jeder Seite jeweils ein Nachttisch mit Lichtschaltern und auch nochmal einem zusätzlichen Nachtlicht, dass ihr die Kabinenbeleuchtung auch vom Bett aus bedienen könnt, ohne nochmal aufstehen zu müssen. Und hier dann im Wohnbereich ein wirklich sehr, sehr großzügiges, ja, Sofa, ein Ecksofa, das in dem Fall, wenn ihr die Kabine zu viert belegt, dann auch zu einem Schlafsofa für zwei Personen umgebaut wird. Wir schauen mal, welchen Blick wir denn von der Couch aus haben. Ja, wir haben hier einmal den Fernseher, den man sowohl vom Bett aus als auch von der Couch aus benutzen kann. Und hier jeweils, ja, einmal ein Schreibtisch und dann im Schlafzimmerbereich auch nochmal ein Frisiertisch, wo sich dann auch nochmal einige Sachen befinden. Zum einen natürlich die Segafredo Kaffeemaschine, die bei diesem Kabinentyp bereits inklusive ist. Und auch immer ganz wichtig sind ja Steckdosen. Hier hinter der Kaffeemaschine verstecken sich zwei sowie zwei USB-Anschlüsse. Und auch drüben beim Frisiertisch ist nochmal eine weitere Steckdose vorhanden. Hier in der Ecke habt ihr dann nochmal, ja, einen kleinen gemütlichen Sessel. Sehr stylisch, wie ich finde. Und ja, was auch sehr schön ist, ist hier die Veranda, die ihr bei der Junior Suite dabei habt. Wir gehen hier einmal raus. Ja, das ist wirklich ein wunderschöner Ausblick. Da kann man seinen Urlaub wirklich genießen. Ihr habt hier einmal eine Hängematte und natürlich auch zwei Liegen, sodass ihr es euch hier auf der Veranda so richtig gemütlich machen könnt. Das war's dann auch schon wieder aus der Junior Suite. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Rundgang gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, dann postet die doch gerne in die Kommentare. Dann werde ich euch diese natürlich beantworten. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und auf AIDA sehen!